Rezessionsängste am DAX nach Kurssturz in gefährlichem Terrain Investoren sind besorgt über eine mögliche Rezession, da die steigenden Inflationsraten und die anhaltende Pandemie die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen könnten. Die Unsicherheit an den Märkten ist hoch und viele Anleger ziehen sich aus risikoreichen Vermögenswerten zurück. Experten warnen vor einer möglichen Abwärtsspirale, wenn der DAX die Marke von 18.000 Punkten unterschreitet. Dies könnte zu weiteren Verkäufen und einem erheblichen Kursverlust führen. Es wird empfohlen, dass Anleger ihre Portfolios überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um sich gegen mögliche Verluste abzusichern. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und nicht panisch zu reagieren, da die Märkte oft volatil sind und sich schnell erholen können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird und ob der DAX in der Lage sein wird, sich zu erholen. Es ist ratsam, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.